Aber die Brasilianer habe ich sich gesteigert, muss ich zugeben. Hätte ich nicht. Wenn die es so weiter machen, dann schaffen die es am Schluss noch bis ins Viertelfinale vielleicht. Und wenn du mal so weit bist, dann kannst du da vielleicht sogar noch mal antreten. Das war aber knapp. Das ist halt beim Fußball kommt immer dann auch noch ein Ding dazu. Der Faktor. 1-0 durch den Brasilianer, durch den Eigentor. Das hat die Brasilien geführt, dann habe ich sie gleich ausgeglichen durch Chile. Dabei hätte knapp ein Sieg gereicht. Das andere Spiel war ja zeitversetzt, nicht ganz zeitgleich. Dann reicht ja ein Sieg. Aber die zweite Halbzeit, das war für die Zuschauer eine Matchstrafe. Das war eine Not gegen Elend. Nimm du den Ball, ich habe ihn sicher. Das war für die Zuschauer das höchste Ding. Deswegen waren alle auf der Tribüne dann. Der Held spielt, muss ich gucken, weiß gar nicht. ZDF habe ich gesehen. Kathrin Müller-Nierding und Helmut Kahn. Die zwei Fachsimple vom Dienst. Und denen erfahre ich nicht, wer spielt. Da muss ich mal rein, den Plan.